Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben ja hier im letzten Part diese Lucy gerettet, die von Maelstrom festgehalten wurde. Und ja, was wird heute so machen? I don't know. Mal schauen wo wir jetzt hier sind. Kabuki. Beat on the bread. Finde den Ringen Kabuki. Schauen wir doch mal ins Journal. Der Auftrag warte bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist. Finde den Ringen Kabuki. Die Leute werden langsam auf dich aufmerksam. Wie sie spüren den unstillbaren Hunger in dir. Du willst alles und wenn du es nicht bekommst, holst du es dir eben. Du bist eine Kriegerin wie und Krieger gehören in den Ring. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ah, okay. Die Waffe. Hol die Waffe bei Wilson ab. Besser später als nie. Könnten wir theoretisch zurückzahlen? Äh, wollte ich nicht. Psychokiller Phantom Liberty. Mach dir deinen Namen in Night City. Okay, das hier ist ja das DLC. Falls ihr das nicht wisst, Phantom Liberty. Klar, wie ein guter Edge Runner will immer seinen Horizont erweitern und Unbekanntes entdecken. Aber bei einer falschen Bewegung kann man schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Glaub mir. Ist mir schon passiert. Bevor du dich zu tief ins Ungewisse wachst, erledige erstmal ein paar Sachen in Night City. Eins nach dem anderen. Okay. Also sprich, das hier müssen wir alles erledigen. Um dann ins Gebiet von Phantom Liberty zu kommen. Ja, ich würde sagen, wir machen doch einfach noch hier ein paar kleinere Sachen. Zum Beispiel hier diese Cyber-Psycho-Attacke. Und vielleicht auch Kryptomanie. Und gehen vielleicht auch zu diesem Ripper-Dog. Und was uns auf dem Weg gegen was vor die Hüse kommt. Zum Beispiel die zwei hier. Erledigen wir sie doch einfach. Etwas ist mir gerade noch aufgefallen. Ich müsste eigentlich noch eine Funktion einschalten. Also etwas, das mir anzeigt, wo das die Waffen sind. Weil das ist ja doch ein bisschen doof. Wenn man nicht alles wirklich looten kann, was man looten will. Weil eben nicht alles angezeigt wird. Aber das mache ich sonst kurz zwischen den Folgen. Wo ich da schauen muss, welches... Welche Option das ist. Eine Kiste. Überrascht immer Sachen versteckt. Deswegen lohnt es sich halt eben schon... ...in neue City rumzulaufen. Gesundheitsbooster. Und auch einfach ein bisschen Sachen erkunden. Das ist gut. Machen wir doch ein paar gute Dinge für Birk. Leider war ich hier zu spät. Die Frau hat es erwischt. Ihn allerdings nicht. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Zwei Sterne. Äh, Gespräch. Oh, Scar Walsh und Nina Walsh. Okay, Schwesterherz. Wir haben es vergeigt. Nein, du hast es vergeigt. Zieh mich da nicht mit rein. Woher kam überhaupt diese bescheuerte Idee, den Alten abzusägen? Der Vorstand war auf meiner Seite. Haben alle das Misstrauensvotum unterstützt? Du bist so naiv. Die glauben, Vater wird ewig leben. Die haben viel zu viel Angst, sich zu wehren. Die Natur nimmt irgendwann ihren Lauf, aber sie ist zu langsam. Fürs Unternehmen ist es dann zu spät. Das ist nicht mehr dein Problem, Oscar. Du bist am Ende. Und ich habe nicht mal Mitleid. Möch. Hoffe, die Drogen helfen. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Okay. Das Polizeisystem ist schon viel besser als am Anfang. Weil jetzt suchen die einfach. Und solange die mich nicht finden, sollte eigentlich die Polizei wieder verschwinden. Hm? What the fuck is happening? Tiger Claws. Und Maelstrom. Das ist schon mal. Ja. Und der auch. Ja. Wieso greift ihr mich an? Ich habe euch geholfen. Ich habe euch geholfen. Ich habe euch geholfen. Ich dachte, die würden dann auf meiner Seite sein. Aber scheint wohl nicht der Fahrt zu sein. Oh ja, das Lied. Ich liebe es. Aus der Edge Runner Serie von Netflix. Naja, zumindest die Polizei bin ich los. Ist ja schon mal was. Was man hier alles findet. Kann man auch nicht rein. Schade. Man kann einfach in so viele Gebäude nicht hinein. Das ist echt schade. So viele Gebäude nicht zugänglich sind. Obwohl es immer so aussieht, als ob es das wäre. Ey, jetzt schaue ich die ganze Zeit nach Kisten. Schlimm. Was passiert hier? Von wo kam der Polizist? Ich will da ganz kurz mal was schauen. Kommt das Gestöne von hier oben? Nicht? Nicht. Okay, irgendwas ist da los. Ach du Scheiß. Naja, Cyberpunk, man kennt's nicht anders. Nein, ich will da nicht. Nein, ich will da nicht. Nein. Night City Officials are offering a reward for neutralizing the threat. Okay. Auch das hier sind andere wieder. Du musst die Polizei gerade nehmen dann. Nicht ein bisschen doof. Ja, we're done! Killing us off one by one! Let's go, bitch! Ja! No, ich hab zu viel dabei, das erste Mal! Ich muss dann wohl ein paar Waffen zerlegen. Okay. Geredet, alles ist gut. Ist ja langsam gut da hinten! Oh, ich hab keine Hose an. Sorry! Okay. Okay. Einheitsbooster. Okay. Sehr viele Waffen dabei. Äh, zerlegen. Z, legen. Okay. Tastatur ist vertauscht. Also, amerikanisch, deutsch. Y und Z. Naja. Dann halt. Ja gut. Ja gut. Schaden. 21,9. Sind wahrscheinlich gleich. 32, 32, 32, 32, 50, 50. Okay. Okay. Smart Schrotflinte. Okay. Vorher Smartlink. Deshalb funktioniert die gar nicht. Könnte ich eigentlich mal, eigentlich mal die Chaos ausprobieren? Oder beziehungsweise hier die... Hier die Chaos. Und einfach eine Power-Schrotflinte nehmen. Und hier ein... Sturmgewehrmaschinenpistole. Ja. Lass ich mal so. Hey, die Polizei neff gerade. Ich glaub da... Ich glaub das Auto liegt auf dem Dach oder irgendwie sowas. Deshalb hört die Sirene nicht auf. Okay, da ist der Riverdok. Wir gehen gleich mal rein. Mal schauen, ob der irgendwas Spannendes zu verkaufen hat. Oder wie wir ihm was verkaufen können. Hey. Es geht. Wie ist die Beziehung, Cassius? Lassen Sie mich? Machstack hat eine Black-Klinik-Klinik nicht lange lang. Seitdem, die Verkaufsgericht hat, und so sind meine Kosten. Coincidence? Sie entscheiden. Ah. Ist doch nice. Let's see what's good. Take your pig. Zeig mal her. Frontalkortex. Mechatronischer Kern. 15% mehr Schaden gegen Drohnenroboter. Mix und Geschütztürme. Erhöht die Regeneration der Speicherkapazität um 0,5. Das hört sich eigentlich gut an. 2.000 kostet das aber. Ermöglicht kritische Treff für deine Quick-Hacks. Uh. Das ist nice. Ach komm. Wieso nicht? Betriebssystem. Da haben wir einen Miditech Paraline MK1 drin. Sie sind alle noch ein bisschen sehr teuer. Den Arm gibt's nix. Einfache Kiroshi-Optik. Kiroshi-Optik-Stalker. Sentry. Er hebt Gegner in Deckungen hervor. Vierfacher Zoom. Er hebt Kameras und Geschütztürme hervor. Er hebt Springkörper und Fallen hervor. Ok, ja da gibt's noch nix spannendes. Schrei diesen Slot mit dem entsprechenden Vorteil freie Lizenz zum Verchromen. Titanium Knochen. Tragekapazität 30% Hallo, sicher! Hier. Ein ballistischer Co-Prozessor erhöht die Schosse auf Querschläge mit Power-Waffen. Ok, Power-Waffen sollten wir verwenden. Verbind die optische Implantate Waffen-Informationen in Echtzeit angezeigt. Das ist das gleiche. Ok, das wäre so ein Smart Link. Ich bleib mal bei den Power-Waffen, da wir das schon haben. Atomale Sensoren erhöht das Bewegungstempo proportional zu deiner Entdeckung durch den Gegner außerhalb des Kampfes. Check ich nicht, lass ich mal. Thread weg. Plus 5% Bewegungstempo, wenn deine Gesundheit auf 25% sinkt. Je weiter deine Gesundheit sinkt, desto mehr steigt dein Bewegungstempo. Auch interessant eigentlich. Panzerung. Auf Kategorie 1 Upgraden. Ok. Ok, da muss ich noch ein bisschen reinkommen. Irgendwie mit diesem ganzen... Cyberware-Stuff, das ganz anders ja ist. Audioshock. Nach unserem Junk verkaufen. Ja, dann wär's das erstmal. Vielen Dank, äh, bis zum nächsten Mal. Ganz kurz mal schauen, ob ich was mitnehmen kann. Hi. Draussen geht's ab. Ok, danke, tschüss. Ok, danke, tschüss. Ist das das entspannende Sieb? Kann ich leveln? Nee. Schade, sonst hätte ich da was aufgelabelt, um die Tür da zu öffnen. Aber wenn das gerade nicht der Fall ist, dann lass ich das. Aber man könnte auch von hier hinein. Was bist du? Hallo. Scavenger Cray. Ja gut, ich würde sagen, ich mach hier kurz mal einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Cyberpunk 2077. Ich glaube, ich infiltriere hier mal dieses Versteck. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Daddy, ich bin hier. In 2077, sie wählten meine Stadt, der schlimmste Ort zu leben in Amerika. Die Hauptprobleme sind die Höchst der 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 Höchst. Die Höchst der 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Samurai, we have a city to burn.